Lege dich einmal ruhig hin oder setze dich ruhig hin und folge zunächst deinem Atem. Fühle wie er kommt und wie er deinen Körper wieder verlässt. Rufe all deine Chakren zusammen und begebe dich in dein vereinigtes Chakra. Atme Ana, Solavana und Elixier in dich und weite dich mit jedem Atemzug. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum und sende von dort einen goldenen Herzstrahl deine Pranaröhre aufwärts zu deinem Kehlchakra, weiter zu deinem dritten Auge, zum Kronenchakra und dort austretend aus deinem Körper zum Alphachakra, dem neunten, zehnten, elften bis ins zwölfte Chakra der Verbindung zu deiner Seele. Dort mache eine Art Schleife einmal um dieses Chakra herum und sende dann diesen Strahlkraft deiner Gedanken in das göttliche Gedankenfeld und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen im göttlichen Gedankenfeld, verbunden mit deinem Herzen. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit wieder in deinen Herzraum und sende von dort einen goldenen Herzensstrahl deine Pranaröhre abwärts zu deinem Sonnengeflecht, dem Sakralchakra, dem Wurzelschakra und am Wurzelschakra austretend aus deinem Körper in das Omega-Chakra und dort mache eine Schleife einmal um das Chakra herum und sende diesen Strahl dann in den Schoß von Mutter Erde und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen in Mutter Erde, verbunden mit deinem Herzen. Kehre nun wieder zurück zu deinem Atem und atme wechselweise über den Strahl aus dem Göttlichen ein und über die Verbindung zur Mutter Erde aus und umgekehrt. Fühle, wie dich bei jedem Einatmen die Energie von Mutter Erde oder des Göttlichen durchfließt und mit jedem Ausatmen dich das verlässt, was du nicht mehr benötigst. Spricht mir in Gedanken oder laut nach. Ich rufe meine persönliche Engelsgruppe. Ich bitte Jesus, den Christus an mein Kronenschakra, meine Anbindung an das Göttliche zu weiten und zu halten. Ich bitte Mutter Maria an mein Wurzelschakra, meine Anbindung an Mutter Erde zu weiten und zu halten. Ich rufe Melek Metatron, das Auge Gottes, mit den Worten Kudu Isch, Kudu Isch Adonai Chebayot, zu mir und bitte ihn, meine Körper zu erden. Meinen emotionalen Körper, meinen mentalen Körper, meinen spirituellen Körper und meinen physischen Körper zu erden und alle Ebenen miteinander auszugleichen und dem Licht auszurichten. Verweile bis dies geschehen ist und atme das Licht der Liebe in dich und weite dich mit jedem Atemzug. Sprich mir in Gedanken oder laut nach. Ich wiederrufe hiermit alle Eide, Gelöbnisse und Schwüre, die ich in diesem und in allen früheren Leben, in allen Dimensionen geleistet habe, soweit sie nicht dem Höchsten dienen. Ich bitte Jesus, den Christus, alle Eide, die ich in diesem oder früheren Leben geleistet habe oder die mir geleistet wurden und deren Erfüllung mir im Sinne des höchsten Lernens nicht mehr dienlich ist, zu lösen und mich und die jeweils andere Partei aus dieser Pflicht zu entbinden. Ich bitte Jesus, den Christus, alle Gelöbnisse und Schwüre, die ich in diesem oder früheren Leben ablegte oder die mir gegeben wurden und deren Erfüllung mir im Sinne des höchsten Lernens nicht mehr dienlich ist, zu lösen und mich und die jeweils andere Partei aus dieser Pflicht zu entbinden. Durch mich strömt das Licht der Liebe. Alles Dunkle, alles Bindende, alles Schwere, alles Verweilende fällt jetzt von mir ab. Leichtigkeit, Licht und Liebe durchfließt mich ganz und vollständig und auf allen Ebenen. Ich bitte Jesus, den Christus, alle Flüche, die ich in diesem oder in früheren Leben aussprach oder die auf mich gerichtet waren oder sind, zu lösen, alle ausnahmslos und mich aus diesem Bann ins Licht zu führen. Alle Flüche, die ich jemals aussprach, widerrufe ich hiermit im Anerkenntnis jeder Auswirkung jedes einzelnen Wortes und bitte alle Wesen, die ich jemals verfluchte, in Savia und Ena. Ich bitte Jesus, den Christus und Seraphis Bey, durch diese Flüche entstandenes Ungleichgewicht auszugleichen und in die göttliche Ordnung zurückzuführen. Wenn es etwas gibt, das ich in meiner weltlichen Seinsebene dafür tun kann, bitte ich darum, mir dies aufzuzeigen. Ich bitte um Erlösung aller Eide, aller Flüche, aller Gelöbnisse und aller Schwüre und ich bitte darum, dass dies jetzt geschieht. Ich bitte, dass mir Leyoesha, Ena, Osam und Elixier gebracht wird. Ich bitte meine persönliche Engelsgruppe, diese Energien tief in mir zu verankern und in jede Zelle und in jede Ebene zu tragen zu meinem höchsten Wohl. Verweile, bis dies geschehen ist und verweile so lange in diese Energie, wie es dir beliebt. Bedanke dich zum Abschluss bei der geistigen Welt, bei Mutter Maria, bei Jesus Christus, Melik Metatron und natürlich bei deiner persönlichen Engelsgruppe und allen anderen Helfern um dich herum. Kehre nun langsam wieder zurück zu deinem Atem und ins Hier und Jetzt. Wackele ein wenig mit deinen Fingern und mit deinen Füßen. Öffne deine Augen und sei voller Dankbarkeit für das, was dir überbracht wurde und welche Erlösung und welche Freiheit nun möglich ist für dich. Ananasha. 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 Vielen Dank.